1 Hallo Leute, da sind wir wieder In der nächsten Folge, Herr Koryo Jawohl Ha, und du hast nicht gehalten, was du letzte Folge gesagt hast Das stimmt Dass ich gesund sein würde in der nächsten Folge Ja, aber ich kann trotzdem noch mich gesund prügeln Ob du dann gesund bist Das ist ja Das ist ganz was anderes So Zack, so fällen wir Bäume Ungefährlich für alles andere in der Umgebung So Jetzt brauchen wir Das war ein Fehler, oder? Ich weiß es nicht 1 2 5 5 5 5 So Dann knallen wir uns von unten die Dinger ran Von oben Teile Das können wir jetzt erstmal länger lassen Je nachdem wie schnell die das jetzt produzieren Baue ich Mehr oder weniger noch dazu So Zack Zack Und ab jetzt Stellen wir die roten Schaltkreise her Ja gut Zwar relativ langsam Noch Aber wir haben jetzt einen stetigen Kunststoffverbrauch Und Kupfer Und Kupfer Ja Kupfer Muss ich auch Dann raus Und Ich gehe hier nochmal Wenn ich nicht hinterhose Das kann ich auch Ne Da guck dir mal meine schöne Kupferkabelfabrik an Sollen wir Kupferkabel an den Bus anstecken Was meinst du Brauchten wir die noch öfters? Bestimmt Aber Muss du entscheiden Wie du das halt machen willst Ich mache mir jetzt nur eher Sorgen Weil ja Dein Kupfer geht nämlich langsam auch zur Neige oben rum Naja okay Du hast aber noch mehr als ich Eisen Bei der oberen Ich frage mich nur halt dann echt Was dann passiert Einer steht schon still Ein Bohrer steht still Oben Und das ist nicht so geil So dann gehen wir jetzt hier einfach so nach oben Aber eventuell nicht so Moment 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 Aber es fehlt uns hier schon wieder Kupfer elektronische Schaltkreise Du hast da irgendwo glaube ich einen Fehler gemacht Ja Sieht so aus Ähm Nur Anscheinend kann der Verteiler in ein querstehendes Undergroundfeld reinziehen Nee das nicht Äh das liegt daran Dass hier das nach oben weiterschickt Eben das meine ich Ich wollte nicht dass ein Splitter in ein querstehendes Undergroundfeld reinziehen kann Weil eigentlich würde man ja denken dass das nicht gehen würde Du kannst das einfach eins nach weiter vorne schicken Ich weiß Ich weiß es nicht mehr so Okay So Genau ich wollte hier das machen So trennt man zum Beispiel wieder Gegenstände So 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 Guckt mal mal ob wir das hier so hinkriegen das wir hier so rüber kommen Wenn nicht dann bauen wir die hier so rein und gehen dann so rüber Okay so die roten sind jetzt angeschlossen am bus werden aber noch zu wenig hergestellt die braucht man aber da jetzt auch schon für die dinger für das neue wissenschaftspaket da werde ich jetzt gleich noch mehr bauen aber da brauche ich halt die blauen fabriken und waren jetzt gerade zurück ein bisschen teuer das bereichen dafür montage maschinen 44 eisen aus die brauchen einfach nur mehr eisen ich glaube ich fünf stück würde ich nur bauen die stecken jetzt sind hier mit an das heißt aber auch mal wieder was brauchen wir wieder eisen zack so ja das müsste man hier eigentlich noch rein kriegen so sehr schön damit kann das denn dass deine dingmaschine hier nicht funktioniert die erste eisen oder dingmaschine für die fabrik hier wieder die erste chemie fabrik hier der wurde nicht gesagt was sie machen sollte okay ich habe nur geguckt und festgestellt irgendwo es gibt so und hier oben noch mal ach Mist zack und zack sehr schön dann laufen zehn fabriken das werden wir verwiesen das ist auch gut dann wenn du die fabriken von batterien herstellt dann können wir uns doch eigentlich sagt dort bauen wo sind die batterien hier zwischen und schwefel produziert da auch besprengstoff wie kann ich die batterie kann ich die batterie auch irgendwie so anders aufladen die anders aufladen jetzt auf die batterie die dann die auflädt oder nicht er tut ja erst die anderen sachen aufladen bevor er die batterie auflädt dann kommt auf einmal wie du es aufgebaut hast bei dir ein schimmer auf jeden fall muss jetzt mit dem schild gerade wieder neu aufladen so die roten sind jetzt mit zehn dinger aber auf einem start guck das heißt auch wenn ich ihn gerade eben erstmal die sachen hier klauen zum herstellen das sind für kupferkabel gell ich weiß ich weiß ich brauch kupferkabel ja ab jetzt wird auch kupfer ordentlich verbraucht gell so was brauchen wir denn für die motoren motor einheit eisenzahnrad rohr stahl träger das muss man alles haben bis auf stahl für stahl muss ich mir dann noch mal haben wir nicht da wir haben ja wir haben stahl aber ich weiß nicht ob es dafür noch reicht vielleicht vielleicht auch nicht wir wissen es nicht so aber hier endet die folge wir werden ein bisschen kürzer als die anderen denn so ist es halt weil ich das sage also leute tschüss